Dieser Sieg heute gegen Osnabrück war ganz, ganz wichtig. Das Hinspiel hat man zwar verloren, aber jetzt hat man drei wichtige Zähler geholt mit dem 1-3 und alles ist wieder drin, auch in Sachen Aufstieg in die Bundesliga. Und so, willkommen zum Talk VfL Osnabrück gegen Holstein Kiel. Die Kieler heute auswärts in Osnabrück, Hinspiel wie gesagt verloren, war eine unglückliche Niederlage. Aber die Kieler gleich super losgelegt. Siebte Minute, Serra super rausgespielt. Also das Tor erstmal super geil rausgespielt über die Außen. Und Serra, ja, ich glaube er hat den Ball nicht mal richtig getroffen, aber ist relativ egal. Aufsetzer, schwer für den Torwart, 0-1 für Kiel. Und Kiel hat das Ganze dann auch angefangen zu bestimmen, hat das Ganze kontrolliert, sag ich mal. Hat super Kombinationen im Spiel gehabt und das hat man auch gesehen beim 0-2. Super rausgespielt über drei, vier Stationen. Ball kommt rein, sicherlich etwas unglücklich vom Osnabrücker Eigentor 0-2, aber war ein schönes Eigentor. Und ja, ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt Osnabrück ein bisschen gebrochen. Und Kiel hatte, wie gesagt, das Ganze eigentlich relativ im Griff. Und konnte es sogar vor der Pause noch auf 0-3 erhöhen durch Fim Badels. Hat auch super gespielt und Badels eiskalt vom Tor. Und damit war das Spiel eigentlich durch Kiel hat in der zweiten Halbzeit Kräfte geschont. Und ja, hat dann zwar noch das 1-3 kassiert, aber das ist am Ende ein bisschen Ergebniskosmetik für Osnabrück gewesen. Für Kiel ist es blöd, nicht zu 0 gespielt zu haben, aber ich denke trotzdem, darüber wird sich keiner beschweren. Und die Punkte waren auf jeden Fall wichtig. Was jetzt noch viel wichtiger ist, Kiel hat noch zwei Nachholspiele nächste Woche. Und Kiel ist ja nur ein Punkt hinter dem HSV. Und auch nur fünf Punkte hinter Greuther Fürth. Also es ist alles möglich. Wenn Kiel jetzt die nächsten beiden Nachholspiele gewinnt, ist wieder alles drin. Dann ist nicht nur der Relegationsplatz drin, sondern auch ein direkter Aufstiegsplatz. Und ich meine, wie krass wäre das bitte? Nach der ersten Quarantäne, Außenspielfluss raus gewesen, zwei Spiele verloren, was noch mehr Druck mit sich bringt. Dann wieder in Quarantäne. Und dann so wieder zu kommen, mit dem Druck gewinnen zu müssen, um dran zu bleiben. Wo man weiß, dass man in der Hinrunde noch verloren hat. Das war wirklich ganz, ganz großes Kino. Was kann man noch lobenswert zum Spiel heute sagen? Ich finde, Kiel hat heute ruhiger gespielt als gegen Bochum und gegen Heidenheim. Das war auch von der Abwehr her besser. Ich fand, die Abwehr war viel besser sortiert. Hat es einfach besser gemacht. Auch der Spielaufbau war ruhiger. Und gut, Osnabrück kann man jetzt nicht mit Heidenheim oder Bochum vergleichen. Trotzdem muss man dazu sagen, dass man keinen Gegner unterschätzen sollte. Und ja, es waren, wie gesagt, drei wichtige Punkte für die Kieler. Die sind jetzt wieder auf Platz vier. Dadurch, dass Düsseldorf und Heidenheim auch heute beide verloren haben. Ich sage ja, in letzter Zeit spielt jeder für Kiel. Der Hamburger SV hat auch verloren. Jetzt sein letztes Spiel. Also ich glaube wirklich, dass diese Saison noch echt was drin ist. Also gerade jetzt im Endspurt. Und ich bin echt mega gespannt. Und wenn Kiel tatsächlich aufsteigen sollte. Ich weiß gar nicht, was da in Schleswig-Holstein los ist. Weil das wäre ein Riesenerfolg. Und naja, ich bin sehr gespannt auf die nächsten Spiele. Und wir sehen uns beim nächsten Talk. Und ciao.